Hallihallo herzlich willkommen zur wunderschönen neuen Folge weiter mit dem Let's Play und wir sind gerade jetzt der Zug vorbei gefahren und ja wir haben jetzt 1,14 Millionen viel 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 Geld und ich würde jetzt sagen wir bauen mal um und zwar das hier in einer Zweierbahnung dann machen wir hier Pause und backern das Ding weg und nee wir machen gleich ein Vierrad raus und 320 Meter ist natürlich zu lang natürlich auch eine Kollision dann müssen wir halt mal gucken wie wir das machen machen gleich hier 320 Meter draus dann haben wir das mit einmal und fertig das ist natürlich hier doof 240 Meter gehen ja auch mal 320 Meter ich möchte bitte dass du hier mal schnell reingehst und oh man Das ist ein Geben Weg. So. nun kommen jetzt noch mal den bahnhof kollision daran gleich und wie wo dann halt natürlich völlig wieder meine millionen aufnehmen um diese bahn zu können so ich möchte mit der ganz gerne dazu oder keine kollision hat ach ja gut jetzt bitte gut und bitte den bahnhof noch hin alles klar bitte sichtbar straße gut sonst weil wohnt bahnhof bus dahin sonst weil bahnhof ah ja wo war das ja genau genau die entfernen bitte und da nach dort nach dort nach dort nach dort nach dort nach dort 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 alles klar so die eisenbahn weiß nämlich auch nicht mal was das zu tun hat deswegen einmal so und einmal auf hier hinten raus kann man ja dann noch weiter fahren nach kiva machen wir dann auch und zwar mit dieser seite so mühselig das heißt ich möchte die haltestelle erst die haltestelle versetzen um ein dann das ist ach so 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 bitte eine brücke mann 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 aber wirklich das zu schlimm die brücke wird irgendwann sind sowieso wieder weggerissen so wie ich mich kenne weil das gibt es doch nicht wie ist denn das mit dem industriebus 83 sekunden die stelle weg und und Die Hälfte von der Hand kommt. so und das nach der 8 da haben wir dann auch schon die kreis gelegt nach kiva kiva warum muss er da jetzt bitte machen ist das so schlimm autosaf Auto-Safe, Auto-Safe. So. Ähm. Ja, ich hätte gerne bitte zweispurig, weil... Und dann bitte so, dass man ganz gut hinkommt. Oh, 1,35 Millionen. Honi, honi, honi. 1,86. Oh, Akiva ist teuer. Ja, wir brauchen Geld. Wir müssen erstmal ein bisschen warten. Wir brauchen Money, aber... Ich kann aber schon mal verbauen. Das wenigstens funktioniert. Und das hier. Diese Seite. Und zwar. Na, wir haben jetzt schon unsere Millionen, aber... Da haben wir jetzt schon Millionen aufgenommen. Die will ich gerne wieder loswerden. So, hier hinten. Oh, mein Gott. Ja. Maakt. Einfach mehrspurig. Dann haben wir das nämlich auch, wenn ich das nicht so bin, dann staumäßig. Und ja. Das ist auch so 500.000. Aber 500.000 haben oder nicht haben, gell? Wenn man so die Sache... Ähm, ja. Dann haben wir hier was überlegt, dass wir das Ding hier dran schließen. Und das hier muss dann hier rüber... Da geht dann ein nach Östhammer. Oder von Alkina nach Östhammer. Also müsste ich doch ein Vierer Bahnhof setzen, ne? Ähm. Oder ein Fünfer. Vorsicht, halber mal ein Fünfer. Weil hier unten geht es auch noch nach Uppsala und nach Hero. Und ein Fünfer kostet mal so schlappe... 3,4. Uh, 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 3,4 Millionen. Ja, nach Östhammer, Traneis, Genies, Bolle, Karsham. Ja, das ist immer so die Sache. Ah, da freue ich mich schon drauf. Wenn es dann weitergeht mit dem Ding. Ja, wir müssen jetzt hier mal gucken. Ähm, 3 Millionen. Und ich nehme jetzt einfach mal mir jetzt die Freiheit. Und baue jetzt das Ding ja auf. X Millionen einfach mal so. Und... Und bau das Ding jetzt hier hin. Einfach mal so, 3,5 Millionen. Gehen wir bitte an den Einer. Ähm. Oh, ein bisschen sinken. Hier noch ein bisschen gesenken. Sinken, sinken, sinken. Man, 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 das ist hier übelst ne Grube. Ich mitte bitte an den gerade Linie. Keine Grube. Alter, das Ding, das Ding, das klebt sich rein wie sonst was. Ich habe nämlich eine ganz, 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 ganz kleine Befürchtung. So. Warte mal. Wenn dann das hier nach oben soll, dann muss das hier rüber. Und zack. Alter, was ist das für ein Mammutbau, ey. Was für ein Mammutbau, ey. Können wir hier ein bisschen angleichen, dass nicht solche Spitzen entstehen. Ähm. Hier so. Oh mein Gott. Straßenversorg ist schon überfällig. Ja, das ist auch kein Problem. Ähm. Mann, 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 Mann. So. 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 Dann wartet erst mal mit dieser Aufnahme. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Bis dann weiter geht mit dem Bahnhof. Und ich sage fürs Erste, tschüss. Ciao. Und dann wiedersehen. Bye. Bye. Bye.